Oh, ich hab mich gerecht bei... Oh, scheiße. Ich hab mich grad abgerannt. Was ist das? Wer macht deine Frau halt? Alles klar, und lässt dann die Kinder... Nee, die dürfen ja das Zimmer nicht mehr verlassen, theoretisch. Aber die hören ja nicht. Ja, er wird schon da hören, oder? Wer... Wer denkt denn, dass die Oma einfach ein Monster wird in der Nacht, oder? So anti-unmäßig, so windige Oma, ja. Die ist ja kein Monster. Nee. Die ist nur nicht mehr ganz bei Sinnen. Ich würde ja schießen, oder so. Oder... Wissenschaftler in den Händen stecken, ja. Wird ja kein Monster in der Nacht haben. Der möchte das schon. So, dann gehen wir denn jetzt. So ein Wegpunkt. Mhm, da ist ja wieder nix los. Oh, ich hab einen Kill gemacht, und was war mit Maske? Nein, es war natürlich einer ohne Maske. Wieso, muss der Gegner eine Maske aufhaben, oder wie? Ja, das ist ja der Scheiß. Ich hab jetzt schon 50 Kills mit der Scheißbombom-Kanone. Aber wenn meine Gegner die Masken tragen, hab ich erst neun Stück die gezählt haben. Boah, mach mal Sanderer aus, Sven. Ist ja die Scheiße. Mach mal Sanderer aus, Sven. Das war der Sanderer. Das war der Sanderer. Das ist ja der Sanderer. Das ist ja der Sanderer. Da hab' anderer gemacht. Ausluft. Mach mal Sanderer. Alter, das war jetzt auch der Sanderer. Nimm grad den Warnung, äh, Tarada mit, wo er grad mit der Raketenwerfer auf dem Leitling schießt. Das sah sehr gut aus. Ach du Scheiße, was hat das jetzt? Ich hab's auf jeden Fall auf Video. S. Was ist das für ein riesiger Name? S. Komm. Ach du Scheiße. Komm, was? Er hat einen ewig langen Namen. Aua, du Idiot. Oh, da hinter mir war ein Stalker-Spiel und es stand. Da rechts am Stein, Sven, ist einer. Aua. Was, am Stein? Ja, halt rechts. Wenn du halt reingehst. Rechts. Geh. Hoppsela. Hoppless Dave. Da hin. Hoppless Dave. Da oben. Und unten. Ja, aua. Oben auf dem Turm ist auch einer. Überreiche. Immer diese Spionenspaß. Ja. Fünsten Spieler ever. Ich hasse Spion. Ja. Ich habe übrigens gerade einen Spionenspaß. Weil ich gezwungen werde, weil mir keiner helfen will, dieses Scheiß-Dinge hier abzuschließen. Mann, ich brauche einen Vanus. Ich brauche noch vier Vanu-Kills, damit ich die Grundausbildung mal weiter machen kann. Mach doch vier Vanu-Kills. Ist so geschenkt? Ja, sind die geschenkt. Aber wenn man gegen Terra-Kämpfen kann, kann ich keine Vanu-Kills killen. Aber das heißt, verirren sich vier Vanus hier rüber. Also wenn ihr das seht, verirrt euch mal in meine Richtung, sodass ich euch töten kann. Alter. Au, au, au. Oh, der hat ne Maske auf. Das ist so scheiße, Alter. Ja, es haben immer wieder Leute Maske auf. Aber das sind dann die, die mir geklaut werden, oder die, die ich nicht bekomme. Alter. Okay, dann gibt es keine Maske auf. Das fackt mich gerade so ab. Das ist so ein Mist. Das ist so scheiß egal, ob du ein Negativ bist oder nicht. Ich will sie. Ja, dann kaufst du dir. Am Arsch, warum soll ich den Scheiß kaufen? Weil es ja eigentlich sau cool ist. Man kann Feuerwerk hinmachen. Bom-kom-Feuerwerk. Ich hab ne Feuerwerkspistole. Die bunte sogar. Für 1200 Serts. Aber es ist einfach nicht zum Kämpfen gedacht. Ja, ja nicht. Es ist auch kein Abfall. Es ist ein Fang-Gun. Ja, meine ist auch nicht zum Kämpfen gedacht, glaube ich. Das ist eigentlich auch ne Fang-Gun. Nur um die Leute zu trollen, hat man gesagt, macht Kills damit. Ja eben. Natürlich. Und dann kriegst du ne Auraxium-Gegenstand. Du musst ja auch verdient sein Auraxium-Gegenstand. Oh, ich hab mich gerecht bei... Oh, jetzt... Scheiße, ich hab mich grad arg gerannt. Nein. Ja. Nein, die Claim also. Oh, die kommen aber hart. Jetzt kannst du Kills machen. Versteck dich irgendwo. Mach Kills. Ich bin schon versteckt hinter denen. Aber jetzt kommt wieder keiner mit Maske. Sie haben alle keine Maske an. Jetzt haben die schon alles. Brauchen es doch nicht mehr. Ja, aber Maske gibt extra XP, Alter. Das ist so doof, wenn man keine Maske anzieht. Stimmt, ich krieg immer 113 XP. Stimmt, ich krieg immer 113 XP. Stimmt, ich krieg immer 113 XP. Wieder einen weggeholt. Ich glaub der hat gezählt. Nein, der hat keine Maske an. Entendetion oder so. Aua. Au! Alter. Warum ist der jetzt oben der Wichsel? Oh, der hat einen Helm da. Der ist so ein Kürbiskopf. Engel zu Sven du hast Besuch von 2 ich weiß nicht den beide direkt vor mir du machst nix einer ist weg muss man warten bis bis die nachladen oder so weil ich kann nur einen vom Magazin töten das ist das Problem was ich mit dieser Waffe auch hab ich brauch einen Headshot und zwei Körpertreffer und ich hab nur drei Schuss was natürlich die Hälfte mit drei Schüssen ist anders wohl ist tot ist ich glaube sie mal herzlichen der Karin und der eine Maske mehr hat er nicht noch ein der Verkommel als Komiteiner in der Pflege das Spiel natürlich habe ich die an wenn ich schieße einer steht unten ich habe auch ein ping gesetzt alter ich habe mich jetzt abgeschossen weil du mich verraten ich habe ich nicht verraten natürlich das rumgeschossen aber ich sehe ja nicht weil zumindest habe ich wieder ein paar kids gemacht ist dazu wieder keiner dabei nicht gebraucht habe aber ich hab jetzt gemacht zumindest mal wieder und mit der bomb am kanonemann ich spiele die baller vor axiung wahrscheinlich bevor ich das abgeschlossen hat mich hat er auch erwischt jetzt ich bin mit der bombe mir echt nicht schlecht das problem ist nur das zählt halt irgendwie nur jeder artikel weil er die töte die hohe verkehrt der verteidige jetzt alle kommen zu a ich komme nicht mal mehr lebendig zu allein dann immer andere klasse ja dann hat man keine chance mit dem kann oder mit einer anderen klasse weil du musst ja extrem nah an die gegner ran und dem was anzutun Markus in Tod so tc die pushen jetzt auch gleich er wird wieder kein gekippt bekommen von denen nur es ist wie lang der granate die hat mich nicht erwischt als stalker spielen war auch hinter mir weil ich mich jetzt wieder nach und versuchen zu begeben oder was ach du scheiße ich bin ich bin da ist ja das sind viele immer mit kürbischkopf nur nicht die wo ich töte und ich kann ja auch immer die kürbischkopf die alleine kommen oder ich muss eine jolo-aktion machen wo ich weiß dass wenn ich daneben schieße ich eh tot bin zwischen fange ich schon an diese jolo-aktionen zu machen ich schieße auf leute wo ich weiß ich bin tot danach also ich habe jetzt mal wieder richtig spaß gerade also wenn wir nur alle paar wochen mal das spiel ist das richtig cool wie viel machen wir denn jetzt schon erst eine halbe stunde ja so geht es mir auch und ich bin scheiß spion mit einer pistole in der hand bonbon egal was das für eine pistole ist eine bonbon-pistole die ist vielleicht noch schlechter alter warum stirbt er nicht bedenkt ist sie wieder rennt voll rein und es tötet er mich natürlich das für ein schwachsinn kleinzeit terrano oder oder das ist aber ich weil ich es abgehe also wieder zu san paio vom eigene und einer rest nicht oder nicht ja da kommen wir ja hatte hatte naja samt mit simon friff simon verderick so ähnlich da bestimmt gewesen hat mich auf was sie mit verdammt gesagt wort zwei granaten drei granaten ja schön über den haupt geballert vom eigenen ja wohl schön einen reingewirkt bekommen solltest ich kann man gewöhnt foto ja und ich habe ein menge abländer zeit und der team ist einfach bombastisch oder verstand das sein